Willkommen zum Video Nr. 6, Rhythmische Solfege. Wir machen einen Sprung in der rhythmischen Pyramide und verlassen jetzt sozusagen, das kann man nicht sagen verlassen, wir beziehen jetzt Sechzehntel mit ein und da gibt es eine ganze Menge von Figuren innerhalb von Sechzehntel Päckchen und die habe ich mal hier an die Tafel geschrieben. Das sind die Single Figuren, die einzelnen Figuren, also Position 1, 2, 3 und 4. Ba, Du, Di, Du, Ba, Bu, Ba, Bu, Ba, Bu, Ba, 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 Bu, 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 Ba, 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 Ba. Zweiergruppen 1, 2, das finde ich sehr hilfreich, Wenn man bei so Sechzehnteln in Positionen denkt, dann haben wir ja vier Positionen. Eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, eins, vier. Dreiergruppen, eins, zwei, drei, eins, drei, vier, eins, zwei, vier und zwei, drei, vier. Zweiergruppen noch. Eins, zwei, drei, vier. Papa, 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 Pupa, Pupa, Papa, 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 Papa Es macht Sinn, das zu üben, auch mit der Phrasierung, Schrägstrich Artikulation. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben gesagt, wir phrasieren die Sechzehntel. Das heißt, wir nehmen zwei Sounds, aber wie immer wird das vielfältiger im Laufe der Zeit. Andere Vokale und auch damit es einfach ein bisschen lebendiger ist, das Ganze. Wir könnten jetzt Übungen gestalten und sagen, okay, wir haben jetzt hier jeweils vier Positionen und könnten jetzt einfach durch die Positionen gehen. Das wäre wie so eine Art Würfelübung oder so, um das miteinander zu kombinieren. Vielleicht gar nicht schlecht. Also machen Sie sich ein Blatt Papier, zeichnen Sie sich das auf und dann geht das innere Auge einfach auf verschiedene Positionen. Sie haben drei Ebenen, Single-Position, Double- und Triple-Position, Dreierposition oder Gruppen, Groupings. Und dann könnten Sie das miteinander kombinieren. Okay. Nichts anderes ist jetzt der Text, den wir bearbeiten, nämlich Blatt 6a. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 1, 2, 1, 4. 1, 2, 3, 4 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier, 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 eins, zwei, drei, vier. Okay, das ist schon ganz schön schnell. Das müsste man dann vielleicht auch Hand-to-Hand machen, abwechselnd, die Hände abwechselnd. Oder wenn man es noch schneller machen wollte, das lässt sich dann gar nicht mehr klatschen. Okay, der Text wird komplexer. Wir gehen zu 6b. Rhythmische Solfège, Blatt 6b. Jetzt kommen auch mal Sechzehntelpausen und es wird ein bisschen komplexer. Und ich würde vorschlagen, dass wir am Anfang auch hier die Takte erstmal einzeln machen. Viermal mit einer Pause und dann weiter. Sechsb, Takt eins. One, two, three und four. Zweiter Takt. Und Gut, jetzt probieren wir das mal im Kontext. Das Tempo geht runter. Und wir singen von Takt eins bis einschließlich Takt 16. One, two, three and four. Von vorne. And then, goes mit bei 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 by bei 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 Du 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 da. Du du da. Du yaka taka taka. Daka. Pu bu bu ba. Tu di du da. Pu beru ba. Pu bu bu ba page. Pu ba ba ba. Ta 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 da japa. Du ba du ba. Pu ba. Yaka taka. Bu bu. Pu ba bu bu ba. Okay, dann geht's weiter. Platz 6c, wir kommen zum Diktat. Hefte raus, Klassenarbeit, auf geht's. Und zwar werde ich die Patterns eintaktig vortragen, singen. Und sie haben immer eine Zeit, viermal mache ich das, mit einem Takt dazwischen. Und wie ich schon einige Male gesagt habe, finden Sie Ihr eigenes Tempo, halten Sie an, lassen Sie es nochmal laufen, bis es funktioniert. Es muss nicht in diesem Tempo sein, wie wir das jetzt hier machen, sozusagen live. One, two, three, Platz 6c, zwölf Takte. Eins, zwei, drei, vier, Ba, Bu, Da, Du, Bu, Ba. Du, da, du, da, Bu, Ba. Da, du, da, du, du, da. Du, da, du, da, Bu, Ba. Der zweite Takt. One, two, three, four. Yapa, papa, bu, ba, ba. Papa, bu, bu, ba, bu, ba. Du, da, da, du, da, du, da. Yapa, yapa, daka, ba, bu, ba. Takt drei. One, two, three, und four. Und bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu. Ba, bu, bu, ba, bu, ba, bu. Ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu. Wir kommen zum vierten Takt. One, two, three, und four. Ba, du, da, du, da, da, Bu. Ba, du, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba. Takt nummer fünf. One, two, three, und, four, und. Ba, 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 bu, bu, ba, bu, ba, bu, ba. Ba, 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 bu, ba, bu, ba, bu, ya, ba. Da, 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 du, du, da, da. Ba, 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 bu, ba, ba, bu, ba, ba. Takt sechs. Eins, zwei, drei, und vier. Ba, ja, ba, 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 bu. Ba, ja, ba, 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 ba. Der nächste Takt, Nr. 7. Takt 8, 1, 2, 3, 4. Und es folgen noch vier Takte. Nummer neun. Es kommt der zehnte Takt. One, two, three, und, four, und. Ba, 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 bu, bu, ba, ba. Ja, ba, 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 bu, bu, ba. Du, 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 da, bu, bu, ba. Du, 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 da, da, da. Der elfte Takt. One, two, three, four. Ba, ba, bu, 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 ba, ba, ba. Ba, ba, bu, 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 ba, ba. Ba, ba, bu, 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 ba, ba. Ba, 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 bu, 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 ba, ba, ba. So, sie haben es fast geschafft. Zwölfter Takt, letzter Takt. One, two, three, und, four, und. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So, prima. Das waren die zwölf Takte aus Blatt C. Ich singe das jetzt noch einmal Tutti Kompletti und Sie können nochmal vergleichen. One, two, three und four und... «Papapa, pupupapa, pupacata, tututatayakatatata», «tuututa, pah-pah, pupupapapa, papapapa, pah-pupupapa». Vielen Dank.